So, hier sind wir jetzt im Jazz Aquaviva in Ägypten, in einem Familienzimmer. Das heißt, hier vorne, wenn es nicht gebraucht wird, ist hier eine super schöne Sitzecke. Ansonsten kann man hier zwei Kinderbetten aufstellen. Dann ist hier ein kleines Tischchen. Hier geht es dann weiter. Da ist dann hier das Badezimmer. Großer begehbarer Dusche. Und Handtücher und Pflegeprodukte sind alle hier mit dabei. Dann ist hier ein kleines Minibar hier unten. Hier ist dann Willkommensgruß vom Haus. Und hier hinten kommt man dann in das große Schlafzimmer. Ein schönes Queensidesbett. Hier dann der Fernseher und der Schreibtisch. Und ganz, ganz toll finde ich, direkt hier ist der Pool davor. Da hinten ist der riesengroße Aquapark. Mit zig Rutschen. Da werde ich euch dann morgen noch mehr von zeigen. Und ansonsten wirklich hier das Haupthaus mit dem Hauptrestaurant hier unten. Dann gibt es zwei Spezialitätenrestaurants. Und hier seht ihr dann die ganze Anlage nochmal. Ich werde euch jetzt einiges hier zeigen von der Anlage noch. Ich hoffe, dass ihr Spaß dran habt. Und wenn ihr mehr sehen möchtet, einfach auf www.feller.de oder hier auf Gefällt mir für unseren Kanal drücken. Und dann seht ihr weitere Videos von uns. Bis dahin, macht's gut und Servus. Bis dahin, macht's gut.